So, dann wird das hier auch mal wieder ein sauberer Zugang, so wie der da drüben. Hoffe ich jedenfalls. So, dann wird das hier auch mal wieder ein sauberer Zugang. So, dann wird das hier auch wieder ein sauberer Zugang. So, dann wird das hier auch wieder ein sauberer Zugang. So, dann wird das hier auch wieder ein sauberer Zugang. So, dann wird das hier auch wieder ein sauberer Zugang. So, dann wird das hier auch wieder ein sauberer Zugang. So, dann wird das hier auch wieder ein sauberer Zugang. So, dann wird das hier auch wieder ein sauberer Zugang. So, dann wird das hier auch wieder ein sauberer Zugang und so weiter. So, dann wird das hier auch wieder ein sauberer Zugang. Okay. Oh, läuft alles ganz gut eigentlich. Also bis jetzt besser als auf der anderen Seite. Hint! Vielen Dank. So, machen wir hier noch einen Schmäler, dann können wir hier noch eins breiter machen. Dann können wir, glaube ich, auf die volle Breite hier dann gehen. Nach und nach. So, machen wir hier. 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 Genau, füllen wir hier. So, machen wir hier. So, machen wir hier. Okay, machen wir hier. Okay, machen wir hier. Genau, das wäre. Das wäre echt schick, wenn wir hier. Die, wenn wir hier, wenn wir hier. Ja, das wäre, wenn wir hier. Ja, das wäre, wenn wir hier. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Schiff, ich noch etwas... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, machen wir es jetzt folgendermaßen So, damit wir die Ecke gefüllt kriegen Hier hauen sie auch schon ordentlich Löcher rein Hier 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 da da können wir dann schon Okay. Na, eigentlich können wir die Breite ja lassen. So, ich würde aber sagen, wir speichern hier mal wieder. So, und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.